So, herzlich willkommen und zurück nach einer langen, langen Zeit. Jetzt endlich wieder mit einem Video auf YouTube, ne? Und ja, es ist nichts anderes als Tesco. Und ja, die erste Frage, mein Name. Besteht eigentlich aus chinesischen Schriftzeichen. Was eigentlich nur bedeutet, der lange Text ist, bedeutet die Liebe meines Lebens und... Ja, und die letzten beiden kinderischen Buchstaben sind einfach der Name der jeweiligen Person. Jo, kommen wir von zwei Seiten. So, ich habe mir überlegt, eins, zwei Runden Match, ähm... Ja, Dinge, Team Deathmatch zu spielen. Um hier ein bisschen noch die Skills zu testen, wie das alles sowieso ist, ne? So, ja, weil die Engines zwei kommen, habe ich gehört. Ja. Sehen wir dann alles, was das für Änderungen mit sich bringt und so. Ja. Letztendlich wieder nach langer, langer Zeit haben wir wieder die Zeit gefunden für ein Video. Und das heißt auch... Outlast wird demnächst auch wieder weitergehen. Und ein neues Projekt geht auch an den Start. Und darüber will ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht so allzu viel verlieren. Weil das wird nämlich ein ziemlich langes Projekt. Das Skills scheint nur noch... ...da zu sein. Ja gut, gegen eine Schrotze kann ich nichts machen. Ja gut. Das war jetzt veräumt. Da kann man jetzt auch nichts mehr machen. Ja gut. Ich wollte mich einfach mal wieder zurückmelden. Und sagen, dass es wieder... ...kräftig Videos geben wird. Unter anderem auch Outlast. Und halt das noch nicht erwähnte Projekt. Also ich werde so gewohnt, den alten Style weiterführen. Ich werde aber auch Cisco mit einbringen. Ja gut. Also in den Content... ...beziehungsweise Uploadplan. Ja, ich hoffe, das gefällt euch. Vielleicht ein oder andere Matchmaking oder so. Vielleicht Deathmatch. Mit einer Waffe... ...only. ...z.B. 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 ...Aka... ...oder Negev mal. Fuck it. Ja gut. Ja gut. Gegen den Laserstram machst du nichts. Gut. So gesprächig ist das halt jetzt nicht. Mit meiner Abwesenheit... Achso, ich war ja... ...krank. Konnte deswegen auch keine Videos produzieren. Was mir natürlich... ...sehr, sehr leid tut. Vor allem unter anderem für das Fangirl. Dass lange, lange, lange Zeit... ...kein Outlast mehr kam. Aber da bekommt sie natürlich... ...auch wieder... ...was... ...auf die Mütze. Ja gut. Ja gut. Aber so sch... ...schlecht spiele ich gar nicht... ...für den ersten... ...anfang wieder. Nach der Pause. Hm... So... Mal gucken. Ja gut. Hm. One-Tap wäre da besser. One-Tap wäre da besser. Ja gut. Ja gut. Das war auch eigentlich irgendwie so... ...ein Spontan-Video, dass es... ...wieder... ...anfängt. ...dass eben Outlast wieder weitergeht. Und eben das Geheimprojekt... ...kommt dann... ...immer nach Outlast. Ich denke... ...ich werde demnächst... ...ersten Teaser... ...oder Trailer dazu veröffentlichen. Und... Also dürfte nicht mehr lange dauern. Dann weiß YouTube auch... ...welches Projekt ich vorher habe. Ist aber dann auch... ...für das Fangirl. Ich weiß nicht... ...ob sie dann überhaupt noch Lust hat... ...zu gucken oder so. Seht man ja dann. Ja... ...gut. Ja gut... ...gegen zwei... ...und ein Autotacker kann ich nix machen. So... ...oder kann ich sagen... ...stirbt doch eigentlich. So... ...da war die Muni leer. Achso... ...und Mist aber auch. Mist. Also das sind halt die... ...die so... ...die drei Comeback... ...Projekte. Einmal Outlast wieder... ...an der gleichen Stelle... ...wo wir aufgehört haben natürlich. So... ...und dann zum einen... ...TISGO... ...Team Deathmatch oder so... ...vieleicht wieder mal ein paar... ...Matchmaking... ...und... ...e paar Hintergründe zu Team Ganja... ...was da jetzt hinter dem Hintergrund abläuft. Ob es das Team überhaupt noch gibt. Das alles dann... ...in einem... ...extra Video. Weil da steht's nämlich aktuell... ...zure Debatte... ...ob das überhaupt noch Sinn macht. Vom Gründer selber. Und ja... ...das werden wir halt sehen... ...wie sich das denn denn... ...in der... ...in der Zukunft entwickelt. Ja... ...die Backen... ...so... ...wir sind hier fast schon wieder... ...am Ende angelangt. Geht so ratzfatz... ...ja gut... ...da hat er... ...gehartscoped. So... ...geht so ratzfatz... ...ja gut... ...da hat er... ...gehartscoped. Warum ne? You're gonna miss me when I'm gone. Das Lied... ...das klingt... ...das... ...klebt so in deinen Gehirnzellen... ...das ist... ...das ist nicht mehr normal ey. ...ja wahrscheinlich... ...jo... ...das war schon die erste Runde. Ja gut... ...ich würde mal sagen... ...das war's... ...und wir sehen uns im nächsten Video... ...wahrscheinlich schon... ...im Outlast Let's Play. Bis dann... ...haut rein!